So, habe ich euch schon meinen Hibbel vorgestellt. Schau mir, Hibbel. Hibbel. Da ist mein Hibbel, nicht? So. Bist du mein Hibbel? Ja, nicht? So. Hm? Alter Hibbel, nicht? Bist du, nicht? Ja. So. Hm? Deine Klette, nicht? Ja. Eine neue Klette, nicht? Ja. So. Hibbel ist eine neue Klette. Komm her, Hibbel. Hibbel. Hibbel ist eine neue Klette, nicht? So. Ja. Hm? Hibbel? Bist du das? Ja, nicht? Du bist meine neue Klette, nicht? Hm? Und du bist der fachende Kugel, der heute auf die Reibe geht, nicht? Ja. Ja. Wie bist du Hibbel hier? Ja. Wie bist du Hibbel hier? Hm? Wollt ihr eigentlich Hibbel vorstellen, ne? So. Hm? Eigentlich wollen sie meinen Hibbel vorstellen, ne? Hm? Wie bist du mein Hibbel? Ja, ne? So. Wie bist du mein neuer Hibbel, ne? Hat lange genug gedauert, nicht? Wie bist du auch ein Reise-Werlin, ne? Hm? Aber wir wollen ja Hibbel vorstellen, ne? Wie bist du Hibbel? Hm? Ja, ne? Hm? Hm? Alles gut, Hibbel? Hm? Alles gut, Hibbel? Hm? Hibbel? Alles ist gut, ne? Hm? Wollen wir noch ein bisschen knabbern? Ja? Wollen wir noch ein bisschen knabbern? Du auch? Ja? Hm? So geht auf die Reise, ne? Und? Ja, ich hibbel, ne? So. Bist du Hibbel? Ja, ne? Und? Huh? Bist du mein Hibbel? Ja, ne? Hm? Hibbel ist er wieder weg? So. Jetzt Hibbel ist er wieder weg. Und da ist er wieder, ne? So. Hm? Und so geht das weiter, ne Hibbel? Ja? So geht das so weiter, Hibbel? Ja? Ja? Alles gut? Hm? Mein Hibbel, ne? So. Alles gut, Jungs? So. Und tschüss. Tschüss.